Moin moin und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute mal mit einem Video der anderen Art, also nicht so das, was ihr von mir gewohnt seid. Und zwar geht es heute so ein bisschen um das Thema Pedals, beziehungsweise biete ich euch mit diesem Video die Möglichkeit, dieses Pedal euch runterzuladen. Natürlich nicht kostenfrei, also ich muss halt etwas dafür nehmen, weil das ganze Ding hat mich auch damals in der Erstellung ungefähr zwei Wochen gekostet. Und unzählige Drucke bis in die Nacht rein mit der Erstellung, Ausmessung, damit halt so ein Endergebnis dabei rauskommt. Bekommt ihr auch nirgendwo, da könnt ihr auf Singiverse auf die Suche gehen. Sowas werdet ihr dort nicht als Download finden. Wie gesagt, wer da Lust drauf hat, kann sich diese Datei runterladen und den Link dazu packe ich euch in die Infobox. Dann bekommt ihr halt per E-Mail einen Link zugesendet. Dort habt ihr einen ZIP-Dateiordner drin. Den könnt ihr auf eurem Rechner entpacken. Und da drin habt ihr dann halt fünf Dateien, bestehend aus diesem Singleplayer-Adapter, der Mount Base, Mount Key und das Wing oben und unten, also das Pedal oben und unten. Und dann könnt ihr euch das selber ausdrucken. Ich werde euch gleich auch ein bisschen an Cura noch zeigen, was ich euch so empfehle an Einstellungen. Ich werde euch auch noch sagen, mit was ich dieses Pedal immer gedruckt habe. Ich habe nämlich aktuell gerade sechs Drucker. Ja, der siebte ist im Aufbau. Also, und jeder Drucker hat halt seine tägliche Aufgabe. Der wird morgens um 6, 7 Uhr eingeschaltet und macht abends um 22 Uhr Pause und druckt halt die entsprechenden Pedals, die wir so im Shop zur Auswahl anbieten. Dieses Pedal wird jetzt abgelöst, weil es kommen halt immer mehr Artikel bei uns in den Shop. Und irgendwo muss man halt mal Abstriche machen und sagen, so irgendwas muss jetzt mal raus, es muss frischer Wind rein. Und bevor ich dieses Pedal jetzt in die Schublade packe, habe ich gedacht, biete ich euch das halt an zum Download. Und ihr könnt euch das Ganze selber zu Hause drucken oder vielleicht auch für Freunde ausdrucken und euch euren eigenen SCUF-Controller machen. Jetzt zeige ich euch nochmal ein bisschen eben was über das Pedal. Und zwar, das besteht immer aus einer Mount Base. Also, das ist das Teil, ich habe leider kein aktuelles Foto, wie es darunter aussieht, aber ich zeige es euch gleich nochmal in Cura. Das ist halt unten diese Base, die erstmal aufgeschraubt wird mit zwei Senkkopfschrauben. Und der Vorteil ist halt an der ganzen Geschichte, am Ende habt ihr keine hässlichen Senkkopfschrauben, die dort zu sehen sind. So wie bei den Standard Pedals habt ihr halt ja immer zwei oder drei Senkkopfschrauben, die euch die ganze Zeit angucken. Das Ganze verdeckt diese Mount Base nachher. Ja, das ist das erste Teil, was ihr ausdrucken müsst. Dann habt ihr natürlich das Wing unten, das Pedal unten und das Pedal oben. Und ihr habt halt noch einen Single-Player-Adapter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt, ihr seht das hier auf dem Beispiel, das ist ein Vierer, der umgebaut ist, aber ihr sagt jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt absolut keinen Bock hier auf einen Vierer, ich brauche nur X und Kreis, dann könnt ihr euch diesen Single-Player-Adapter aufstecken in Verbindung mit der Mount Base, die das Ganze näher zusammenhält und könnt das dann so nutzen. Wenn ihr keine Lust mehr darauf habt, könnt ihr diese Base hier wieder einfach abziehen, nehmt diesen Single-Player-Adapter ab und packt euch das obere Wing drauf, Base wieder drauf und ihr habt wieder den Vierer. Wie gesagt, dieses Pedal ist so ein bisschen gleichzustellen mit dem von Aim-Controllers. Oder besser gesagt, das sind so die Abmaße. Also ich habe das damals ziemlich gut eins zu eins kopiert. Natürlich ist das dann nicht geformt, wenn ihr das Ganze druckt oder besser gesagt, wenn ihr euch mit dem Drucken auskennt. Ihr müsst das Ganze natürlich dann im Wasserbad biegen. Also ich empfehle dir auf jeden Fall mit PLA zu arbeiten. Und PLA ist halt wirklich flexibel. Wenn du dir einen Wasserkocher aufkochst, das in eine Glasschüssel haust, das Pedal da reinschmeißt, dann kannst du das mit der Gabel rausheben und kannst es dir entsprechend auf deinen Controller anformen. Ja, ich zeige euch mal eben so ein paar Bilder dazu. Das ist das Gleiche nochmal ohne Beschriftung. Wie gesagt, hier sieht man hinten auch nochmal die Base. Und das Schöne ist halt, ihr könnt euch das mehrfarbig ausdrucken. Also ihr könnt euch das nach euren Wünschen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine schwarze Base, schwarze Kappe haben wollt und die Pedals sollen jetzt in rot sein, könnt ihr euch jederzeit halt die Pedals nachdrucken und könnt euch das so anpassen, wie ihr das möchtet. Ob das Ganze jetzt einfarbig sein soll oder halt mehrfarbig. Hier seht ihr diesen Key. Da werden die eingeschraubt. Wie gesagt, ich empfehle euch da auf jeden Fall Senkkopfschrauben so M2, ja bis M2,5 mal 5 zu verwenden. Die passen dort ziemlich gut rein und dann sind die unten bündig weg. Da drauf kommt dann halt das Wing unten und oben drauf gesteckt und dann der Key oben drauf. Der wird von hinten so eingesteckt und vorne nur eingeklickt. Ja, mehr gibt es dazu nicht. Hier seht ihr es auch nochmal. Da unten sind die Senkkopfschrauben. Das ist alles schön versteckt und verdeckt. Ja, wie gesagt, hier gibt es nicht viel zu sagen. Ich werde euch gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen in Cura zeigen. Hier seht ihr es auch nochmal schön. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt in Cura zeigen, was ich euch so empfehle an Einstellungen. Also als erstes erstmal habe ich einen Anycubic i3 Mega verwendet. Zeitweise auch einen i3 Mega S. Aber wie gesagt, die sind ziemlich gleich. Also auf dieser Ultra Base lässt sich das hervorragend drucken. Und ja. Nö, ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal zu Cura und dort zeige ich euch halt die Einstellung. Also, fangen wir an mit dem ersten Bauteil und dem wichtigsten Bauteil. Und zwar die Base eigentlich, wo man ja alles drauf aufbaut. Wenn ihr die Datei so geliefert bekommt, ist die so stehend. Und das muss auch so sein, weil hinten hat das ganze Teil schon so eine automatische Rundung drinne, dass ihr das Ganze ja nur noch auf den Controller auflegen müsst und das wirklich von Grund auf schon passt. Dazu habt ihr aber halt hier im Bereich unten, der mit einer Stützstruktur arbeiten muss. Also das heißt, ihr müsst auf jeden Fall eure Stützstruktur aktivieren. Und zwar findet ihr die Einstellung hier unten da. Stützstruktur auf jeden Fall einschalten, den Haken setzen. Und es reicht hier auf Druckbett berühren. Ihr könnt natürlich auf überall eingeben, das ist auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, in dem Fall Druckbett berühren. Wie gesagt, so das ist der erste wichtige Punkt, den ihr auf jeden Fall bei dieser Sache aktivieren müsst. Dann empfehle ich dir das Ganze auf jeden Fall in fein zu drucken. Also ich benutze dafür immer wirklich den 0,1er Layer, also wirklich eine feine Einstellung. Und das Ganze auch wirklich langsam zu drucken. Also ich habe jetzt hier 30 gewählt, das ist ein bisschen zu langsam. Aber ich sage mal so, 35 ist halt eine gute Geschwindigkeit. Und ich bin halt ein Freund von langsam und sauber drucken, statt dieses hastig und schnelle. Also das macht sich auf jeden Fall auf euer Endergebnis auf jeden Fall sichtbar. Wie gesagt, da musst du dich selber mal ein bisschen rantasten, ausprobieren. Du kannst es gerne auch ein bisschen schneller drucken, aber du wirst es halt auch in deinem Endergebnis sehen. Ja, Drucktemperatur, Druckplatte und natürlich das Filament und alles. Da müsst ihr halt ein bisschen selber ein bisschen schauen, was der Hersteller so angibt. In welchem Temperaturbereich so das Filament zu verarbeiten ist. Und dann ist halt natürlich auch noch die Frage, inwiefern euer Drucker so im Originalzustand ist. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe eine komplett andere Heizmatte drin. Also ich habe nicht mehr das Original in den Druckern drin. Meine Lüfter sind alle komplett getauscht. Und da müsst ihr halt ein bisschen gucken, was auf den Angaben der Rollen so steht oder die Angaben zur Verarbeitung. Aber ich sage mal so, im Bereich 205 zu 55 fahrt ihr eigentlich immer ziemlich gut und das klappt auch. Ja, dann nochmal kurz zur Anzahl Wandlinien. Genau. Also wie gesagt, da wählt zwischen 2 und 3. Könnt ihr euch auch mal rantasten. Ich fahre gerne mit 2, das reicht völlig aus. Wie gesagt, 3 ist auch kaum ein Unterschied zu sehen. Dann, ganz wichtig, also das ist auch mal so ein kleiner Tipp am Rande. Und zwar machen sehr viele den Fehler, wenn sie drucken, sie stellen zwar alles schön ein, aber wenn ihr zum Beispiel euren Lüfter, also natürlich müsst ihr halt auch mal gucken, was ihr für einen Lüfter habt. Zum Beispiel meine sind halt ein bisschen aufgewertet, sind keine China-Drucker, China-Drucker schon, aber keine China-Lüfter mehr drinne, sondern ich habe hier gute deutsche Markenqualität eingebaut mehr. Da muss man natürlich auch ein bisschen mit den Angaben spielen. Also wenn ich meine jetzigen Lüfter auf 100% stellen würde, der wird mir die Teile vom Druckbett blasen. Also musste ich halt ein bisschen runterstellen, das Ganze. Und ganz wichtig ist halt auch immer, stellt im ersten Layer den Lüfter aus. Das heißt, egal was ihr eigentlich druckt, ob das jetzt dieses Paddle ist oder irgendeins von Singiverse, stellt im ersten Layer den Lüfter aus. Und ihr werdet auch merken, vom Druckbild her, darauf basiert halt alles. Also wenn der erste Layer stimmt, stimmt auch der Rest. Natürlich ist das auch abhängig vom Leveling. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass euer Drucker perfekt gelevelt ist. Das ist halt die Grundbasis für alles. Aber versucht es mal, stellt mal im ersten Layer den Lüfter aus. Und dass er dann praktisch ab dem zweiten Layer anfängt, den Lüfter anzuschmeißen. Ihr seht es bei mir, anfängliche Lüfterdrehzahl ist bei mir immer grundsätzlich auf 0. Also das ist egal, was ihr druckt eigentlich. So, und dann kommt es natürlich auf die Einstellung an und was ihr für einen Lüfter verbaut habt, mit welchen Prozentzahlen ihr dort spielt. Da kann ich euch jetzt auch keinen genauen Tipp geben. Da müsst ihr halt gucken, was ihr für einen Drucker verwendet. Ja, das war es zu den Einstellungen eigentlich. Also das Wichtigste, sage ich mal. Alles andere überlasse ich euch jetzt mal. Ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, dass ihr dieses Teil hochkant druckt. Auf jeden Fall mit Stützstruktur. Langsam und mit einer feinen Einstellung halt. Also ihr könnt es gerne auf 0.2 probieren mal. Aber wie gesagt, ich bin da kein Freund von, gerade bei solchen filigranen Bauteilen. Kommen wir jetzt zu diesem Mount Key. Das ist auch halt das wichtige Teil, sage ich mal, an dem ganzen Druck. Und zwar, wir hatten ja eben gehabt, die Base halt, wo halt alles drauf basiert. Und das ist halt der Schlüssel, sage ich mal, der alles näher zusammenhält. Und dort empfehle ich dir genau die gleichen Einstellungen, wie eben, feinen Layer einzustellen. 0.1, ja, Drucktemperaturen, wie gesagt, da guckt wirklich auf die Herstellerangaben. Fülldichte auf jeden Fall auch, habe ich eben vergessen zu erwähnen, 100%. Stell es wirklich auf 100%. Fang da nicht an irgendwie mit 80, 85%. Das sind halt wichtige Teile. Ihr schraubt dort in diese Mount Base Senkkopfschrauben rein. Und ihr wollt halt, dass das Ganze schön massiv ist. Deswegen dort immer, füll dich der 100%. Ich nehme gerne die Linienform. Der eine oder andere mag die Gitterform. Wie gesagt, das ist dir auch völlig freigestellt. Ja, und aktiviere auf jeden Fall auch wieder dort die Stittstruktur, weil er macht dir hier unten einen kleinen Überhang. Und dort kannst du halt näher auch mit dem Schraubenzieher reingehen, die Kanten rausbrechen. Das ist halt dieser Bereich, der näher unten in diese Mount Base Geschichte eingreift, damit du das vorne überklicken kannst. Wie gesagt, druck das auf jeden Fall so, wie ich es hier jetzt auch auf dem Druckbett zu liegen habe. Und aktiviere auf jeden Fall die Stittstruktur. Und ja, Einstellung genau das gleiche. Druckgeschwindigkeit, wie gesagt, ich bin ein Freund von langsam und fein das Ganze. Und wie gesagt, von mir ist das Ganze gerne mal fünf Minuten länger dauern. Hauptsache, ich habe halt ein schönes Endergebnis. Druckplattenhaftung müsst ihr halt auch selber wählen. Also, wie gesagt, bei diesen Teilen würde ich dir jetzt nicht empfehlen, auf Brim oder sowas irgendwie zu stellen, weil dann hast du halt so unschöne Kanten da dran. Skirt reicht völlig aus. Dann fährt ihr hier zwei, drei Linien um das Bauteil rum, fährt praktisch die Nozzle ein bisschen frei und fängt dann an, mit dem Bauteil zu drucken. Also, wie gesagt, Skirt-Einstellung reicht völlig aus. So, kommen wir jetzt zu den Wings oder zu den Paddle-Teilen. Das ist jetzt egal, ob ihr jetzt das untere Paddle, wo habe ich die anderen jetzt alle hier, Paddle oben oder halt Paddle unten oder den Single-Play-Adapter. Wie gesagt, die Teile, ich persönlich drucke es auch auf 0,1, aber hier könnt ihr jetzt zum Beispiel umstellen auf 0,2 und auch wieder Anzahl Wandlinien zwischen 2 und 3 wählen. Jetzt könntet ihr mit der Fülldichte ein bisschen runtergehen, ich würde dir jetzt zum Beispiel so 80 empfehlen, Füllmuster, bei mir ist es Linie oder ich nehme gerne die Linie, Drucktemperatur und Heizbett, da müsst ihr halt wieder gucken, das liegt wieder an euch. Hier würde ich halt die Geschwindigkeit von 40, maximal 45 wählen. Wie gesagt, diese ganzen Einzugsgeschichten, Einzug aktivieren, ich mache es gerne, wirklich, ihr habt weniger Stringing, finde ich. Dort habt ihr halt ja auch noch eine Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel den Einzug deaktiviert und so, aber da bin ich kein Freund von. Das verursacht manchmal auch gerne mehr Stringing als alles andere. Würde ich gar nicht dran rumspielen jetzt an den Einstellungen. Einzug aktivieren und Z-Sprung beim Einziehen bin ich halt ein absoluter Freund von. Skirt reicht auch wieder aus und Stützstruktur könnt ihr in diesem Fall auf jeden Fall deaktiviert lassen. Da braucht ihr jetzt keine. Und wie gesagt, diese ganzen Dateien bekommt ihr auch so geliefert, wie ich sie hier jetzt auf dem Druckbett habe, beziehungsweise in den Kure-Einstellungen. Dort müsst ihr jetzt halt nicht das Bauteil jetzt noch irgendwie vorher extra drehen. Ihr könnt natürlich da mal gerne rumspielen. Ihr könnt das Ganze jetzt auch mal gerne verdrehen oder so. Aber wie gesagt, ich liefere euch die Datei halt so aus, wie ich sie jetzt auch drucken würde. Da müsst ihr halt jetzt gar nichts mehr drehen oder sonst was. Auf jeden Fall packe ich dir das Ganze in die Infobox. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dir deinen Controller umzubauen und du hast vielleicht schon Druckerfahrung oder hast halt einen eigenen Drucker zu Hause und möchtest halt mal ein spezielles Paddle ausdrucken, gebe ich dir halt die Möglichkeit damit. Ja, wenn du dich registriert hast oder auch mit Gastbestellung, bekommst du auf jeden Fall innerhalb 24 Stunden an deine hinterlegte E-Mail-Adresse diesen ZIP-Datei-Ordner, der diese fünf Dateien enthält. Und ich wünsche dir einfach nur viel Spaß beim Ausdrucken, beim Umbau und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.